Das Auto ist leider dann auch ausgefahren in Le Mans, aber kurz vor Schluss ist es. Man hat dann aber mit der Vorbereitungszeit, das waren wie bei Parks, 1966 noch 1.000 km von Spar gewonnen, 1.000 km von Hermanns war gewonnen in den 67. und dann immer in den 26. So ist es auch hier eben mit dem Outfit des Wagens, jetzt nachdem Ferrari in Zertifizierung restauriert hat, abgebildet, der war einer der drei Namen, die von 1967 in Möllwas, die mit der Geldvermachtung abgaben, für die Menschen, die von Hartgeber, das war für die Rechtskirche und hat mit Pantini damals in den Ort, mit dem Platz gemacht. Pasche 917, der schnellste Rennspartwagen, der Bordmann bis heute eigentlich, der im Rennen teilgenommen hat, also es gibt Autos, die schneller sind, waren bei der Rennen, mit Zertifizierung, also nicht in Anzug, sondern in Zertifizierung, er herrschte Gerardersatz von 1915, der 1970, 460, 1070, 460, 1070, 460, 460. Bei den 840, das war auch fertig, das war immerhin, die wir in den Geschichten, 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 von 218!